Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schatten des Krieges. Ja, es ist gut sechs Monate her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Eine lange Zeit und doch möchte ich jetzt noch die Zeit nutzen, die ich gerade habe, noch bis dann wieder eine neue Session Krieg kommt zu spielen, durchzuspielen. Wir hätten auch DLC und so weiter noch mal sehen, wie ich dazu komme. Ja, es gab ein paar Verneuerungen, habe ich gemerkt in der Zwischenzeit, ich glaube, der Shop oder Pferde, man kann jetzt keine Orks und Zweiten mehr mit dieser Währung kaufen, Online-Währung. Wir sind alles geändert. Ja, wie es sich jetzt genau auswirkt, weil wir sehen, ich dachte zumindest, es war so, anscheinend doch immer noch. Oder ist es jetzt anders gelöst? Wie kriegen wir die goldenen Sachen? Kosten? Ne, ich sehe hier, ich sehe nirgends mehr die Möglichkeit. Warte mal, wir können, wir schauen mal kurz. Wie ich sage, Minus 25. Schauen wir, was jetzt passiert. Ja, man kann jetzt wirklich anscheinend nur gewinnen noch, also das wurde entsprechend entfernt. Sehr gut. Nicht schlecht von dem, also, okay. Egal. Ähm, wir gehen ins Spiel rein. Wir müssen ja immer noch unsere Festung schützen, verteidigen und so weiter. So, wir haben Fähigkeiten. Wir haben Fähigkeitspunkt. Wollen wir den aufsparen? Ich habe keine Ahnung, ist so lange her. Wir haben überall was ausgelöstet eigentlich von dem her gesehen. andere Charaktere sind ausschützt, kosmetisch. Ich bin von der Skin-Outward nicht beeinflusst, mit einigen Ausnahmen. Filmsequenz zeigen Talons-Standard-Skin. Charaktere werden die Änderungen im Talons-Ansehen nicht erkennen. Was? Äh, warte mal. So sehe ich die Sachen, okay. Was? Ich kann mit ihr kämpfen, echt? Aha, hier können wir auch kämpfen. Wisst ihr was? Aber wir sind jetzt der dunkle Teil, da macht das eigentlich schon mehr Sinn, ne? Ne, okay, lassen wir es so, weil ich mehr Sinn spiele, ich mehr Sinn macht. Ähm, ja, okay, gut. Inventar, da hat man auch ein Leuchten noch. Boah, wir haben jetzt viele neue Sachen. Wir haben jetzt hier die ganzen Rüstungen hier, wir haben einen Bonus, ne? Warte mal, wir haben jetzt gar kein... Moment mal, was haben wir denn jetzt? Ah doch, wir haben hier... Ach so... Welches Set ist das? Isidus Ring... Isidus Ring... Ringgeistling der... Ringgeistling der... Ringgeistling der... Der Herrscher... Oder Rö... Ringgeistling der... Ringgeistling der... Wahrscheinlich haben wir den ganzen Set bei uns und wir haben ein bisschen Lebe eingebüßt. Also er hat bei uns jetzt, ok. Gut, wir gehen weiter... Wir haben ja schon ein langer Verfehler, dass wir noch machen müssen. Genau, ich bin mal die Banditen und so weiter. Hier ist noch eine Blutdrache. Ehh... schau den mal, mach den na komm, mach so schau die schnauze kriegen, weil ich die schnauze nicht mehr weiß die eroberung war toll, könnte ich alles noch mal so machen, würd ich es tun das mit F glaube ich, oder? auf Höhen na, mit E war's Toastdrohung die kennen wir ja bereits, jetzt müssen die eigentlich hier markieren oh ok, weisschen wo drauf kam das ein, ein Grauch ja komm, wie scheiße wir uns das an oh oh was da war gleich irgendwie Hauptmann aus Bestiumfutter ok oh oh wie krass kann ich ein, oder was was hab ich nicht was für ein Missgeschick blute warte, hab ich getroffen, echt? ok, warte, warte, ob ich jetzt angreifen du hast keine Vorstellung von meinem Können, Waldläufer du bist tot da hab ich auch ähm äh, ich seh nicht mal, was klappt das nicht mehr so geht es ok so, gemsenkung kommt bis zum tod, ich würde sagen wenn er nicht parieren möchte dann ist er tot so, tschüss ok, bin ich dran sehen ok, lass mich doch so sein so, wir wollen eigentlich eine Aufgabe lösen da hinten ja, ist eigentlich so, kommt mich da anbieten so ok wie alle menschenwerke in mordor bist auch du vernichtet ok, der schuss sehe ich immer gegen fluch, bestien zämen, ok, wenn wir uns die schwächere haben bleiben nicht von ihm ich habe was für dich Schauen, kriege ich ihn? Nein, kriege ich ihn nicht. Wieso geht es sogar? Okay, echt? Nicht schlecht. Was? Ich werde eine Melodie aus deinen schönen... Was? Ich habe ihn nicht geöffnet. Ich habe ihn nicht geöffnet. Das ist ein Geschenk für dich. Was ist denn da? Oh, wie schlauend. Willst du dich bleiben und noch ein wenig spielen? Hm. Da ist schon sicher. Oh. Aha. Gut, da ist nicht schon sicher. Vorsicht, Walddolfer! Ich habe dich verschraut! Echt? Hansa? Oh, was? Aha, diesen Trickel, der Inch! Aha, diesen Trickel, der Inch! Deine eingeweidete Rettlinge Falle! Oh, wir sind noch da. Ok, back, 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 back. Back, weg! Wir werden. Wir haben fast nichts da. Na komm schon Mal schauen wie er mit ihm zuerst kommt Ach du Scheiße Besser ich dachte, leider Okay Boah da brennt alles Oh Das war's dann Oh ne Und wieder Boah der Typ wird echt essen Deine Knochen werden schmoren Sei doch nicht so schüchtern Vorsicht Waldläufer Ich habe dich durchlaufen Sicher? Echt? Boah was Oh Oh Okay 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 Geht nicht Geht nicht Kann ich nicht? Nein Nein Wenn ich ihn Der gehört mich Vorsicht Waldläufer Ich habe dich verschaut Oh 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 Jetzt Oh Okay Feind hat auch getötet Zwischen Schließen Wir haben jetzt Was Legendärs gekriegt Oh War schon langsam schon Ne Inventar 43 Kampfer Macht Macht Ähm Ja Jetzt hat's die Frage Gehen wir auf den Bonus Ja 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 Die Fähigkeit Ne Wissen wir Wissen wir mal verwenden Ich vergesse die ganze Zeit wieder Okay Wisst ihr was Mapp Machen wir ganz kurz so Grundsätzlich Ähm Quests Ähm Aufträge Müsst ihr eigentlich Machen wir Herausforderungen Was Herausforderungen? Herausforderungen Weiterungen? Nein auch nicht die Belagungs Schaden Vergangen Du hast echt noch Aufgaben die wir nicht gemacht haben Schnellreise 2 Wir haben echt noch Aufgaben die wir nicht gemacht haben Ok Wir haben echt noch Aufgaben die wir nicht gemacht haben Schauen wir uns mal an Schauen wir uns mal an Oh Ich würde sagen Wie wir das ansehen Oder wie es dann weitergeht Wer mich nicht mehr heute sehen soll Erst in der nächsten Folge Dementsprechend bedanken wir's zu sehen Wenn's dir gefallen hat Lass mir ein Like da Und dann sehen wir uns wieder Zur nächsten Folge Oh Oh Ok Zu einer Information Was Du kannst Online-Kampf Du kannst deinen Oberherren auch in Online-Kampfung gegen den Oberherren anderen Spielen kämpfen lassen Wenn du ihn immer gewinnst wird dein Oberherr legendär verlieren und du wirst einen neuen Oberherr finden müssen Ok Und ob er eines anderen Spielen hat vorhin gehen Im Startpunkt Und dann Och Ach du Scheiße Jetzt Da du jetzt Gebiete beherrschst Kannst du deine Vorherren im Kampfgur schicken Die Stufe Ja Das wissen wir aber eigentlich schon Ok Gut Bis dann Bye Bye Ja Das war's dann wieder mit dieser Folge von Schatten des Krieges Mittelerde Ich hoffe euch hat's gefallen Es gibt jeden vierten Tag Abwechsel mit einer Testfolge Eine weitere Folge Und dementsprechend viel Spaß Bis zum nächsten Mal Bye Bye Bindere Dramatis Bindere Bindere Dramatis 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 Untertitelung des ZDF, 2020